Ich soll dein Intro machen. Ja komm, ich mach das Intro. Du musst auch eine Aufgabe haben. Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers von Mars. Da drüben sitzt der Simon und ich bin der Philipp und wir spielen heute den Zombie-Modus in Warzone. Es gab ja ein fettes Update, richtig extra für Halloween und da schauen wir heute mal rein. Also lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt und über ein Kommentar und ein Abo würden wir uns natürlich sehr, sehr doll freuen. Schon mal vorweg, ihr seht das Spiel nur aus Simons Sicht, weil er einfach besser war. Deswegen mach ich auch das Intro. Arbeitsteilung, so läuft das hier. Also viel Spaß mit Simons Sicht. Ich war aber natürlich auch dabei, aber nur tot. Man kennt's. Wo sollen wir hin? Such dir was aus. Dann nehmen wir Porten. Wir Porten. Oha. Hier kommen auf jeden Fall welche mit. Ähm, sind wieder Dreierteams, ne? Ja. Wo sind die denn? Äh, das konnte ich nicht sehen. Die sind so steil runter. Die sind bei mir hier. Oh, die kommt einer aufs Dach. Ich versuch zu dir zu kommen, aber ich hab nur ne Pumpkan und ein Schild. Unten drin ist einer. Ja, unten drin sind mehrere. Habt noch ein K.O. Hab ihn gefinisht. Hey, bleib mal ruhig. Und einer war ganz unten drin. Einer kommt hoch. Wo hoch? Die Treppe? Hab ihn. Team ausgelöscht. Die kommen bestimmt jetzt als Zombies wieder. Oho, ich hab Angst. Nee, Zombies mag ich auch nicht. Du siehst schon aus wie ein Zombie, weißt du? Da ist schon immer... Ja, aber wovor hast du dann noch Angst? Den schlimmsten Zombie hast du ja dann. Oho. Oho. Hast du dieses Geräusch gehört? Ja. Äh, ja. Ich geh mal oben aufs Dach. Äh, gute Idee. Gibt's irgendwelche Sachen? Hier läuft doch einer. Da ist einer. Ich sehe einen. Da ist ein Zombie gewesen. Wo? Unten drin? Ach so. Der kommt jetzt zu mir. Hallo? Scheiße. Ich sehe ihn nicht. Ach, der hat sich wieder verwandelt. Scheiße, ich höre nur diese Geräusche. Ah, ich sehe noch einen. Ich sehe noch einen. Ja, ja, ich sehe. Hab ich gesehen? Wo ist der? Da ist er. Hier, hier. Hö. Aua. Ich hab ihn. Was ist jetzt los? Äh, der kann Gas werfen. Apropos werfen. Ich hab meine Muni-Kiste. Ah ja. Hilfe. So ein Droh. Alter, das war schon wieder Begegnung der dritten Art hier, ey. Richtig geil. Ich sehe noch eine Grau. Gut, dass sie... Ja, ich hab schon meine Grau. Oh, da kam ein Zombie. Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Da kommt noch einer. Hier ist noch einer gelandet. Das ist auch ein Zombie. Die können sich am Anfang nicht bewegen, ne? Okay, da kommt einer runtergedroppt. Boah, der braucht nicht mehr viel. Die sind ja am fighten. Nein! Wie kann der nicht tot sein? Was machen wir? Ey, was ist denn? Wo ist hier nichts los? Hier kommt wieder einer unten. Einfach Sway zur Kiste oder was? Ja, ja. Oh, hier unten. Hab ich gesehen. Einer ist K.O. Der liegt links vom Toilettenhäuschen. Der andere ist hier. Äh, hier. Boah, Alter. Ich kann nicht markieren. Die... Ich hab ihn gefinished. Der wollte sich wiederholen. Irgendeiner hat mich gekillt. Ja, ich komm als Zombie jetzt wieder. Okay, ich komm auch als Zombie wieder. Oh, am Arsch der Welt komm ich wieder als Zombie. Ja. Man sieht die Spritzen auf der Map, ne? Ach du Scheiße. Ja. Okay, du kannst... Okay, Gasgranate, geladener Sprung kannst du machen. Okay. IMP-Explosion. Menschen töten. Komm, wir holen uns eben mal ein paar Spritzen hier. Meinst du, er kann die Seilwinde hier hoch? Probier mal. Jo, geht. Der klassische Zombie. Nein! Was war das? Hatte ich da eine erledigt oder was? Eine Mine. Echt? Ja. Liegt da noch eine? Nee, du kannst hoch. Dann kommst du wieder, ne? Ja, ja, dann komm ich wieder. Aber liegt die Spritze da noch? Ich seh die nicht mehr auf meiner Map. Liegt da noch. Sauber. Jo, ich bin da. Toll, ey. Hab ich denn was? Jo, ich hab noch meine Waffen. Nice. Ja, ja, genau. Und startet immer wieder mit seinem Loot, ey. Das ist richtig nice. Wo ist denn der Shop? Ähm... Boah, ekelig. Nur noch am Stadion. Drei Stück. Die anderen sind alle außerhalb der. Oh, der entschillt auf dem Rücken. Ja, ich weiß. Granate. Klasse. Da kommt einer. Über mir. Oben auf dem Dach. Das ist ein Zombie. Ich weiß. Zwei Stück. Links von dir. Links von dir auch. Links von dir. Wo? Lieb noch Selbstwiederbelebung. Saubere, Simon. Oh, da schaffe ich nicht mehr hin. Bei dem liegt auch... Bei jedem Zombie liegt selbst... Ah, okay. Überlebung. Selbstwiederbelebung. Schwieriges Wort, oder? Ja. Über dir sind welche? Ja, ich weiß. Aber ich glaube beides. Zombies und... Oh! Oh, ja. Hilfe. Nice. Nur noch am Stadion, hast du gesagt? Mhm. 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 Idiot. Alter, wie lange du einfach gestunnt bist. Oh, guck mal, da ist noch ein Zombie. Und da auch. Oh, ich will auch wieder rein. Alter, ey, das geht alles. Das ist voll stressig. Da rechts ist ein richtiger. Ja, ich weiß. Ich hab keine Money mehr. Schlag, 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 Schlag. Ich hab keine Money mehr. Scheiße. Ich brauch Spritzen. Vor dir liegen ganz viele. Ja, aber die sind alle unten im Stadion, glaube ich. Und da werden die bestimmt ordentlich weggemacht. Ja, stimmt, die sind unten. Dann kill den. Den hol ich mir. Komm her. Nein. Nein. Oh, da liegt eine Spritze. Da ist eine Spritze. Da hinten liegt auch noch eine. Hilfe, ey. Hilfe, ey. Aber du hast auch das Geld mit. Jetzt noch mich wiederholen, ne? Das wäre so geil. Oha. 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 Aua. Ah, schade. Von hinten. Von hinten schon einer. Oh, es geht richtig gut ab am Ende der Zone, ey. Ja. Rechts von dir? Aber ist, glaube ich, auch ein Zombie gewesen. Kann ein Zombie ein Zombie killen? Du kannst durch die Zone laufen, ne? Ja. Kein Problem als Zombie. Der wird sich ärgern. Die müssen jetzt runterkommen, alle hier. Dauber. Da. Ja. Oh. Alter. Die kann ich jetzt nicht mehr töten in dem Modus, okay? Schwitzig. Eigentlich ist es jetzt am wichtigsten, Zombies zu killen, oder? Damit die nicht mehr wiederkommen. Ne, Menschen. Weil das letzte menschliche Team überlebt, ja. Ja, aber wenn du einen Zombie gekillt hast, kommt der auf jeden Fall nicht mehr wieder. Ja, das stimmt. Oha, und die springen außerhalb der Zone. Das ist so brutal. Boah. Alter. Wie fühlt das abgehend, ey? Heftig, Alter. Das ist so heftig, einfach. Oh, es gibt keine Spritze mehr. Jetzt sind gerade alle auf den Zug. Alter Schwede. Komm her. Jawohl, du hast eine. Sauber, 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 sauber. Echt? Ich habe eine. Ja, du hast eine. Da, da, rechts, 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 rechts. Nein. Geil, ey. Ja, heftig, Alter. Wie schön da sind wir geworden. Ja, je habt Angst, sehr. Ja, bitte. Ja. 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 Da, du kannst du auch da.